Jetzt hier alleine, fast. Da fährt noch einer mit. Aber ich guck mal, ob ich da hinten eine Artie finde, oder was, ne? Eine Artie? Doch, zwei Arties müssten da eigentlich irgendwo stehen. Oh, sehr schön. Jawollski. Guck mal. Der hat mich zwar auch getroffen. Ey, der hat mich für 1600 Schaden getroffen. Das ist mein Spot Damage. Guck mal, wie viel Spot Damage ich mit meinem Heavy gemacht habe. Habt ihr das gesehen? Oh, shit. Oh. Habe ich hier noch Unterstützung? Jungs? Boah, Freunde der Nacht. Was ist hier los? Ich brauche hier mal Unterstützung. Hier ist ein T110 und der ist nicht so geil für mich. Ich wollte nur mal... Darf ich mal drauf... Darf ich mal auf den Spot... Darf ich mal auf den Spot Damage hinweisen? Darf ich das mal? Darf ich mal... Darf ich mal drauf hinweisen? Ich sollte eigentlich gar keine Lights fahren zum Spoten. Ich sollte einfach mal eine IS-7 nehmen. Guckt euch, das war... Ich habe 5528 Spot Damage gemacht. Oh je. Also hat auf jeden Fall funktioniert, ne? Ist das der Todesstern? Heavy Scout Mode activated. Sehr geil, ey. Wirkt das? Das ist ja unglaublich, ey. Ich habe noch nie so viel Spot... Das ist das erste Mal, dass ich so viel Spot Damage gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe den Damage, den Spot... Ich habe den gespottet und dann hat der TD auf den geschossen, ne? Und dann habe ich da... Und dann hat er den fiesen Damage damit gemacht. Das ist der Scheiße, ey. Oh, guck mal... Was habe ich hier jetzt? Guckt euch das an! Mit meiner IS-7! Wie crazy ist das, bitte schön! Ich habe 11.300 Erfahrungen gemacht und bin... Und habe das Spotter-Abzeichen mit der IS-7 bekommen. Ja, das ist interessant, ne? Das ist verrückt. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt, oder? Aber das ist ein guter Panzer. Okay, jetzt probieren wir doch mal, wie ein Heavy zu fahren. Mal gucken, ob ich das auch kann. Aber das ist echt... Das ist echt... Krasser Scheiß, echt. Aber ist auch geil, ey.